Aronia-Saft sollten Sie nicht auf nüchternem Magen trinken. Das heißt, Sie sollten den Saft erst nach dem Frühstück bzw. nach dem Abendessen einnehmen. Warum das so ist? Der Aronia-Saft enthält von Natur aus reichlich Gerbstoffe. Diese Gerbstoffe können etwas schwer im Magen liegen. Es gibt Personen, die vertragen den Saft auch sehr gut unverdünnt. Aber unsere Empfehlung ist es auf jeden Fall immer, den Saft 1 zu 1 verlängert mit Wasser oder einem anderen Fruchtsaft zu trinken. Um einfach zu verhindern, dass die Gerbstoffe im Magen gelangen, ohne dass man vorher eine Grundlage hat. Das heißt, Aronia-Saft am besten immer nach dem Frühstück trinken und nach dem Abendessen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn Sie in Zukunft keins unserer neuen Videos verpassen möchten, dann sollten Sie unbedingt unseren Kanal abonnieren. Unter diesem Video in der Beschreibung finden Sie weitere Links zu unseren Aronia-Produkten, zu unseren Aronia-Projekten und einen Link, wo Sie 50 kostenlose Aronia-Rezepte erhalten. Vielen Dank!